Außenministerin Baerbock hat an die arabischen Golfstaaten appelliert, gemeinsam mit dem Westen an einer Friedenslösung für die Menschen in Israel und den Palästinensergebieten zu arbeiten. Alle haben ein Interesse an Frieden und in Würde zu leben, sagte die Grünen-Politikerin in Abu Dhabi. Baerbock lockte außerdem die Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate für das Palästinenser-Hilfswerk. Gleichzeitig warnte sie vor weiteren Eskalationen. Für die Außenministerin ist es die dritte Reise in die Region seit Kriegsbeginn. Für heute sind weitere Gespräche in Saudi-Arabien und in Israel geplant. Baerbocks Botschaft, gemeinsam für Frieden und eine Zwei-Staaten-Lösung arbeiten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.